Wir erklären das schon eine ganze Weile und wir wissen, dass Du gehört hast, dass all dieses Aussieben und Sortieren des Lebens dazu geführt hat, dass Du eine Vortex-Version, eine schwingende Version erschaffen hast. Und die meisten unserer physischen Freunde, selbst diejenigen, die uns schon lange zuhören, akzeptieren die Realität dieser Schwingungsrealität nicht wirklich, bis sie sich manifestiert. Deshalb sprechen wir, um Dir zu helfen, diese schwingende Version zu erspüren und diese Schwingungsversion zu fühlen. Mit anderen Worten, wenn wir Dich dazu bringen können, Dich sicher in Bezug darauf zu fühlen, noch bevor es sich manifestiert, wird es sich schneller manifestieren. Die meisten wollen, dass es sich erst manifestiert, bevor sie sich sicher fühlen. Aber das ist das Ganze rückwärts anzugehen. Wenn wir Dich also dazu bringen können, Dich sicher zu fühlen, wenn wir Dich dazu bringen können, Dich verliebt zu fühlen, in der Liebe zu sein, bevor die Person auftaucht, wird die Person auftauchen. Aber die Menschen denken, sie brauchen eine Person, in die sie verliebt sein können, um Liebe zu spüren. Wir wollen, dass Du weißt, dass Du in eine Idee verliebt sein kannst. Du kannst in die Idee einer Beziehung verliebt sein. Du kannst in die Erinnerung an eine Beziehung verliebt sein. Du kannst in Liebe sein in Bezug auf diesen Aspekt dieser Beziehung und verliebt sein in diesen Aspekt dieser Beziehung und in diesen dieser Beziehung, was bedeutet, dass Du es in Deiner Schwingung aktiv hältst. Und so muss es dann durch Dich realisiert werden. Also, diese kürzlich erlangte Erkenntnis. Die Art und Weise, wie wir es jetzt beschreiben, hilft Dir vielleicht, es zu verstehen. Aber da Du manchmal die Vortex-Version nicht akzeptierst, so ist es auch nicht leicht, der Grid-Version zu folgen. Wir geben sie Dir aber trotzdem. Alles, was Du willst, hat auf der Schwingungsebene bereits zusammengefunden. Du hast alle kooperativen Komponenten in Deinem Vortex gesammelt und es ist bereit, sich Dir zu offenbaren. Der Grund, warum wir das Wort offenbaren oder erkennen verwenden, ist, da Du der Dolmetscher, der Interpretierende davon sein wirst. Auf die gleiche Weise, wie der süße Vogel der Interpret einer Botschaft von Jerry an Esther war. Es gibt überall Interpreten, die bereit sind, die Botschaft zu Euch zu interpretieren. Menschen. Wir sprechen nicht nur von Vögeln. Wir sprechen von Erfahrung, von finanziellen Kräften und von Ideen, die zu Dir fließen. Es gibt alle möglichen Arten von Manifestationen, die auftreten, sobald die Schwingung Deines Grids, das heißt Deine täglich ausgeübte Alltagsschwingung, näher an der Schwingung Deines Vortexes ist. Und Du hast Teile davon erlebt, als Du endlich die Entscheidung getroffen hast, etwas anders zu machen. Mit dieser Entscheidung füllte sich Dein Grid, Dein Raster. Du hast gewünscht und gefragt und gewünscht, um den Vortex in Gang zu bringen. Und in einem Moment, in dem es wenig oder gar keinen Widerstand gab, kam die Entschlossenheit und Du wusstest, was Du tun wolltest. Erinnere Dich daran, wie klar Du Dich da gefühlt hast. Tatsächlich fühlst Du Dich immer noch ziemlich klar, weil Du uns alle hier und jetzt von diesem Wendepunkt überzeugen wolltest. Wendepunkte also, Du magst das Wort Wendepunkte. Wendepunkte sind oft das Grid, das sich mit einer Idee füllt, für die Du jetzt bereit bist. Es geht nicht darum, dass die Idee nicht da ist, sondern darum, dass Du noch nicht bereit für die Idee bist. Es ist nicht so, dass Du nicht bereit für die Idee bist, weil Du sie nicht willst, denn Du willst sie. Es liegt daran, dass Du nicht bereit für die Idee bist, weil Deine Schwingung nicht mit dem Wunsch übereinstimmt. Deine Schwingung stimmt mit der Abwesenheit des Wunsches überein. Spürst Du den Unterschied? Du bereitest Dich also auf das vor. Du machst Dich bereit für das, was in Deinem Vortex ist, indem Du Dich besser fühlst. Und Du fühlst Dich besser, wenn Du die Dinge, die sich nicht gut anfühlen, weglässt und Dich auf die Dinge konzentrierst, die sich gut anfühlen. Es ist also ganz einfach. Nimm die Hand voll der Dinge, die sich gut anfühlen und stampfe sie in den Boden ein, also verankere sie fest. Hattest Du schon mal einen guten Witz, den Du allen erzählen willst? Du wiederholst ihn immer und immer wieder, denselben Leuten sogar. Und sie sagen, Mann, ich hab den jetzt gehört. Ich hab die ersten fünf Male gelacht. Für mich ist's jetzt vorbei. Aber weißt Du, wie viel Spaß es macht, etwas in der Hand zu halten, das sich gut anfühlt und mit dem Du Dich und andere erfreuen kannst? Nun, das ist genau so eine Sache. Besorge Dir eine Hand voll Dinge, die Dich erfreuen, und spiele die Schleife einfach immer wieder und wieder und wieder und wieder. Lass das die Grundlage Deiner Anziehungskraft sein. Lass etwas, das Dich erfreut, die Schleife sein, die Du abspielst und die Dein Grid in dieser hohen Schwingung hält, sodass das, was in Deinem Vortex ist, auftauchen kann. Jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Und weißt Du, was das Glücklichsein ausmacht? Glück ist, wenn Du der Empfänger der richtigen Idee, zur richtigen Zeit bist. Glücklich zu sein bedeutet, an diesem Ort zu sein, an dem Dir etwas einfällt, im günstigsten Moment überhaupt. Glück ist, wenn Du oben auf der Treppe stehst und Dich bereit machst, die Treppe hinunter zu gehen. Du weißt es nicht, aber Dein Absatz hat sich im Hosenbein verfangen und Du bist kurz davor, einen Kopfsprung die Treppe hinunter zu machen. Aber dieser größere, erweiterte Teil von Dir weiß das und gibt Dir die Inspiration, Dich am Geländer festzuhalten. Wenn Du also Deinen Fuß bewegen willst und das nicht kannst, bist Du stabil. Das ist Glück! Das ist Glück! Das ist Ausrichtung! Das Glück in sich zu tragen, ist, wenn Du im Verkehr fährst und den Impuls hast, diese Ausfahrt zu nehmen. Aus keinem anderen Grund, weil Du Dich irgendwie danach gefühlt hast. Oder es machst, obwohl Du das eigentlich gar nicht wolltest, weil Du das Fahren für einen Moment Deiner höheren Macht überlassen hast und Du den Stau oder den Verkehrsstau infolge eines Unfalls verpasst. Alle möglichen Dinge wie diese passieren Dir den ganzen Tag, jeden Tag. Aber wenn Du anfängst, bewusst und absichtlich glücklich zu sein, bewusst und absichtlich die Trommel für Dinge zu schlagen, die sich gut anfühlen, bewusst wahrzunehmen und zu erkennen und Dich bewusst und absichtlich hineinzuformen und zu wandeln in immer bessere Gefilde, wenn Du das bewusst und absichtlich tust und dann diese Dinge passieren, dann passieren sie auf eine Weise, dass Du diese eben auch bewusst wahrnimmst. Wenn Esther nicht dieses bewusste Gespräch mit Jerry im Auto geführt hätte, bevor sie in ihr Zimmer ging, wäre der Vogel auf der Veranda nur ein Vogel auf der Veranda gewesen. Aber es war nicht nur ein Vogel auf der Veranda. Das hätte sie verpasst, wäre sie nicht gleich auf, auf einer Schwingungshöhe gewesen. Du siehst, worauf wir hinaus wollen. Ein Großteil Eurer Welt will diese Art von Rendezvous als Zufall bezeichnen. Coincidences. Auf Englisch, Incidences that cooperatively combine. Also Ereignisse, die sich in Kooperation miteinander verbinden. Sie wollen sie aber als Zufälle bezeichnen, die mit Glück, Schicksal oder eben Zufall zu tun haben. Sie verstehen nicht, dass es sich um kooperative Komponenten handelt, die zusammenkommen. Mit anderen Worten, Menschen, die die Dinge und Umstände auf solch eine Weise betrachten, würden sie es Passierzustände nennen. Sie würden sie also als Zufälle bezeichnen. Und wir wollen sie als Schöpfung bezeichnen. Wenn Du also so klar denkst, wie Du es tust und verstehst, wie weit Du gekommen bist. Und das bist Du. Und wie mächtig Dein Wunsch ist. Und das ist er. Dann konzentrierst Du Dich bewusst und absichtlich auf den stärksten Wunsch, den Du hast. Worüber Du gesprochen hast, als Du Dich zum ersten Mal hier hingesetzt hast. Nämlich glücklich zu sein. Glücklich zu sein, glücklich zu sein, glücklich zu sein. Was bedeutet, im Einklang zu sein? Was bedeutet, die Kontrolle über meine eigenen Gedanken zu haben? Was bedeutet, die Kontrolle über meine eigene Schwingung zu haben? Was bedeutet, in Schwingungsübereinstimmung mit der Quelle in mir zu sein? Was bedeutet, in Schwingungsübereinstimmung mit allem zu sein, was ich in meinen Vortex getan habe? Das bedeutet, genau hier und jetzt im Einklang zu sein, sodass ich der Interpret, der Manifestor, der Realisator des Besten bin, was in diesem Moment passieren kann. Das ist Glückseligkeit. In diesem Moment und in diesem Moment und in diesem Moment und in diesem Moment. Das ist kein Sparen für einen Urlaub. Es bedeutet nicht, sich mit all dem Zeug abzufinden. Es bedeutet nicht, die ganze Woche zu arbeiten und Dinge zu tun, auf die ich gar keine Lust habe, um Geld zu verdienen, damit ich endlich etwas tun kann, was ich wirklich tun will. Denn wenn Du dort ankommst, um das zu tun, was Du tun willst, und Du bist nicht glücklich, weil Du glücklich nicht geübt hast auf der Arbeit, So wirst Du in diesem Urlaub nicht glücklich sein, wenn Du bei der Arbeit nicht glücklich bist, während Du das Geld für den Urlaub verdienst. Fährst Du dann nicht in den Urlaub und beschwerst Dich einfach? Er ist zu kurz. Er ist zu kurz. Ich komme nicht oft genug dazu, das zu tun. Mein Flug hatte Verspätung. Das Wetter war nicht gut. Mit anderen Worten, Du kannst nicht von dort nach dort gelangen. Du kommst zum Glücklichsein, wenn Du glücklich bist. Nun, Abraham, das hilft mir sehr. Du sagst mir also, dass ich glücklich werde, wenn ich glücklich werde. Lass mich das mal aufschreiben. Und wenn ich reich werde, dann werde ich reich sein. Oh ja, lass mich das auch mal aufschreiben. Wir sagen, dass Du ein kleines Stück davon finden musst. Du musst diese Flamme davon finden und Du darfst nicht weiter das Feuer ausspucken, es nicht löschen mit unwichtigen Dingen. Und nach einer Weile wirst Du diesen Schwung bekommen, dieses Momentum ins Rollen bringen und Du wirst Glückseligkeit verspüren. Nicht nur irgendwann, sondern Du wirst es ausstrahlen. Und dann, wenn jemand zu Dir sagt, was machst Du da? Der Grund, warum sie fragen ist, dass Du etwas hast, das sie wollen. Jeder Mensch will alles, was er will, egal ob es sich um einen materiellen Gegenstand, einen Haufen Geld, einen Umstand, ein Ereignis oder eine Beziehung handelt. Alles, was jeder will, ist, weil er glaubt, dass dort das Glücklichsein liegt. Es gibt das Glücklichsein genau hier und jetzt, wenn Du in der richtigen Schwingung bist. Du weißt es. Bist Du nicht auch schon in diesen Bereich gekommen? In diese Frequenz, wo überall, wohin Du Dich drehst, etwas Gutes passiert? Esther sagt, dass es so ist, wie mit Barbara unterwegs zu sein. Sie liebt es, mit Barbara zu reisen, weil sie glücklich ist. Sie gehen am Flughafen auf eine sehr kontrollierende, sehr offizielle Person zu. Und sie bellt jeden an. Ein Mann machte den schrecklichen Fehler, mit seinem Zeh nur ein Zentimeter über die Linie zu treten. Und sie wies ihn in seine Schranken. Sir, treten Sie zurück! Das hat er getan und es hat ihm nicht gefallen. Und Esther dachte, hm, das war hart und auch unnötig. Und Barbara, die sich weigert, sich auf etwas Unangenehmes zu konzentrieren? Sie hat das völlig übersehen. Als sie dahin kam, bekam sie ein breites Lächeln und wurde schnell in die andere Reihe versetzt. Mit anderen Worten, sie wurde wie eine Königin behandelt. Nun, dieser arme Mann wurde in das Verlies gesteckt. Das ist es, wovon wir sprechen. Mit anderen Worten, Du ziehst an, wie Du Dich fühlst. Wir wissen, dass wir uns hier etwas länger Zeit gelassen haben, als wir am Anfang versprochen haben. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wie glücklich bin ich? Wie glücklich kann ich sein? Wie gut kann ich mich fühlen? Was ist der beste Gedanke, den ich jetzt finden kann? Was funktioniert in meinem Leben? Was klappt gut? Woran erinnere ich mich? Was sich gut angefühlt hat? Was passiert jetzt gerade, das sich gut anfühlt? Wie allgemein muss ich sein? Finde immer etwas, das sich gut anfühlt. Und wenn Du das tust und es Dir zur Gewohnheit machst, dann wird die Verwirklichung, die Umsetzung und die Manifestation in Deiner Erfahrung so ausgeprägt sein, dass die Leute zu Dir strömen und Dich fragen, was ist Dein Geheimnis? Und Du sagst, ich bin glücklich. Und sie sagen, ich weiß, das sehe ich, deshalb frage ich Dich, was Dein Geheimnis ist. Und Du sagst, nein, ich war schon glücklich, bevor ich glücklich war. Und sie werden sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und Du sagst, nun, ich habe unglückliche Gedanken aus meinen Erfahrungen verdrängt, indem ich mich auf glückliche Gedanken konzentriert habe. Was meinst Du damit? Nun, ich habe sie nicht wirklich verdrängt. Ich habe einfach angefangen, die glücklicheren Gedanken zu betonen. Ich habe angefangen, Listen mit positiven Aspekten zu erstellen. Ich zählte meine Segnung, das auf, was mir alles Gutes widerfährt. Das habe ich in der Kirche gelernt. Ich zählte meine Segnung, eine nach der anderen. Und je mehr ich mich auf sie konzentrierte, desto mehr war das meine Schwingung. Und je mehr das meine Schwingung war, desto mehr brachte mich das Gesetz der Anziehung in die Nähe, wo ich es verwirklichen konnte. Das Leben geschieht also nicht mit mir. Das Leben geschieht aus mir heraus. Ich sende das Signal aus, auf das alles Leben antwortet. Wenn ich also morgens aufstehe, entscheide ich, wie sich der Tag anfühlen soll. Ich werde mich intuitiv fühlen. Ich werde mich inspiriert fühlen. Und ich werde mich verbunden fühlen. Ich werde mich vital und lebendig fühlen. Ich werde mich glücklich fühlen. Ich werde mich zuversichtlich fühlen. Ich werde mich freundlich fühlen. Ich werde mich liebevoll fühlen. Ich werde mich in diesem meinem Spiel ganz vorn fühlen. Ich werde mich innovativ fühlen. Ich werde mich energiegeladen fühlen. Ich werde mich gestärkt fühlen. Ich werde mich inspiriert fühlen. Aber ich werde mich von Moment zu Moment inspiriert fühlen. Ich werde mich geführt fühlen. Ich werde fühlen, dass ich es wert bin. Ich werde das Gefühl haben, dass ich es verdiene. Ich werde das Gefühl haben, dass ich all das Gute verdiene, das mir mein ganzes Leben lang beigebracht wurde. Ich werde mich fühlen, dass ich es wert bin und das durch meine Glückseligkeit beweisen. Ja, ja, ich danke Dir.